So, damit seid gegrüßt, mein Lieben, Zwerge, Gnome, Hobbits und Entladung zu einem neuen Minecraft Video. Wir spielen Minecraft auf dem Coma-HD-Server. Habe ich tatsächlich mal rausgesucht, wenn ich das mal spielen wollte. Ja, wir spielen hoffentlich gleich in die Lobby geladen ist. Mit random Leuten hier, Master Builders, eine Runde Master Builders, will ich heute mit euch spielen. Ja, wir sind ein paar Leute in der Lobby. Schauen wir mal, ob das hier gleich losgeht. Da sehen wir, es wurden auch vier Spieler gewartet. Ja. So, gleich geht es los. Haben sie genügend Spiel gefunden. Ich bin hier, ohne jemandem Voice, ich spiele das alleine hier mit Leinungs. Vielleicht geht es los. Master Builders, Classic, Becom-HD-Server. Batterie, Bowling, Rutscher. Ich will der Rutscher. Wird wohl Bowling. Na toll, wie soll ich das denn hinkriegen? So, ähm, ja. Noch mal ein bisschen Holz, erst mal aufbauen. Das ist hier. Das ist eine Kegelbahn, eine Bowlingbahn bauen. Sechs Minuten hat man Zeit, sieben Minuten zum Bauen. Ich bin noch ein bisschen ungeübt und kann noch nicht so schnell bauen. Okay, aber ich denke, können wir hier erst mal die Trennwand aufbauen. Wo man hinten hinkegelt. Muss natürlich groß genug sein, dass die Kegel dann auch noch hinpassen. Also hier erst mal ordentlich hochziehen. Die Wand. Können wir wahrscheinlich noch die Bodenart ändern. Das ist keine schlechte Idee. Das werden wir auch gleich machen. In der ersten Runde Master Builders hier. Verzeiht es mir nicht noch ein bisschen Scheiße. Aber eigentlich müssen wir noch eine Anzeigetafel und dann auf jeden Fall müssen wir hier noch eine Bahn hinkriegen. Puh, das ist ein schwieriges Thema. Das ist für so kurze Zeit, was zu bauen. Das habe ich von meiner ersten Runde natürlich hier nicht. Nicht das beste Thema. Thema wie Herz oder so oder Kreis. Das wäre es natürlich besser gewesen. Ich habe den Schein gesperrt. Ach so, da muss man einen Untergrund nehmen. Dann nehmen wir doch mal hier polierten. So, sehr gut. Obwohl würde eher was das Beiges nehmen. Und dann nur das Bergen. Dann würden wir es ja eher so. Dann kann man hier so mit Zaun, wenn ich das hinkriege. Nee. Genau so hier. Das ist eine Bahn. So eine Bande bauen. Viel Zeit habe ich noch. Das Holz. Das Holz ist nicht das Perfekte. Das müsste eigentlich noch dunkler sein. So. Ich muss da noch irgendwie Kegel hinkriegen. Mal schauen, wie ich das mache. Am besten noch ein Männchen, das kegelt. Das man das irgendwie erkennt. So. Das ist sehr schön. Dann hier die Kegelbahn. Bouding. Sorry. Haben wir hier so halbe Glücks. So Pünktchen. So etwas, was man übereinander stellen kann. Okay, wahrscheinlich nicht. Vielleicht mit ein paar Hebeln. Vielleicht können wir Hebel hier aufstellen. Das sieht auch nicht nach was aus. Was nehmen wir dann jetzt hier auf die Stelle. Das könnte aus. Das könnte nach was aussehen. Das macht Sinn. Ja, das sieht gut aus. So hier und dann. Das muss man da noch reinbauen. Machen wir das hier auf. 2 Minuten 20 noch. Okay, da würde ich gerne so ein bisschen schwarz hinter machen. Noch so ein bisschen schwarze Wand hin machen. Schwarze Rolle vielleicht. Jupp. Oha, noch 2 Minuten. Das aussieht, als würde es hier. Ins dunkle rollen. Und die Zeile kann man natürlich nicht drüber springen. Das müsste ich als erstes nochmal hier in den Männchen hinstellen. Dann kann man irgendwie Persönchen oder sowas, die man da hinstellen kann. Irgendwie. Da muss ich den jetzt auch noch bauen. Wahrscheinlich. Wie machen wir das denn am dümmsten? Ein Männchen aus Wolle würde ich sagen. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ohne Wolle. So. Blau Wolle. Und dann. Ja, würde ich sagen. Rote Wolle. Was ist jetzt passiert? 30 Sekunden online. Schafft hier nichts mehr. Rote Wolle. Sehen Sekunden. Und los. Verdammt. Ob der sei schon beurteilt? Ähm. Achso, ja, okay. Ähm, nee. Ergänzt nicht. Ach, dort die Kegel her. Ja, von mir, okay, okay. Normaler. Oh, das sieht's. Das muss ich beurteilen. Bin schlecht. Besser als meins. Super. Kann man sehen. Na ja, okay, gut. Machen wir gut. Das ist ja. Das Männchen habe ich nicht ganz fertig gekriegt. Das ist so ein bisschen. Hä, was ist das? Na ja. Ich hoffe, ich bin nicht zu fies, aber okay. Also er schreibt es gerade. Rakete. Und Ball. Okay, was zum Hänker. Soll man da reingehen? Ich krieg's nicht. Achso, doch, äh, sorry. Du kriegst ihn schlecht. Ja, immerhin, okay. Man erkennt's eine Bahn und dann die Rosenkegeln und der kleine Ball. Ja, kann man machen. Das ist ein bisschen Werbung hier. Oh, das sieht das von oben gar nicht schlecht aus. Ja, ich bin super. Man könnte auch besser machen. Nonna Miede. Nochmal, nochmal. Weil ich kann nicht damit sprechen. Na ja, das kann ich nicht bewerten. Der Mensch ist nicht ganz fertig geworden. Eine Bahn hier. Das ist jetzt das Kegeln, hier die Wand, hier die Reihen. Ja, der Ball. Den Ball habe ich auch nicht hingekriegt in der Zeit. Bin zu langsam. Nicht fertig geworden. Ja. Auf dem letzten Platz, natürlich. Ja. Nicht fertig geworden halt. Das hat gewonnen. Okay. Ja. Ich weiß nicht. War gut, aber... War gut, aber... Na ja. Jetzt mal ein anderes Thema. Ich mach noch eine Runde mit rein. Jetzt mal vielleicht ein leichteres Thema. Und da geht gleich schon die nächste Runde los. E-Jungen. 10. So, was haben wir hier? Fuchs. Nussknacker. Nikolaus. Äh. Äh. Ich will den Fuchs. Fuchs. Komm, lass uns Fuchs bauen. Ich hab zwar keine Ahnung, wie ich das nachbauen kann. Ich halt... Uff... Jetzt muss das nur durch den aus Minecraft irgendwie nachbauen. Die orange Wolle bauen wir auf jeden Fall. Wie sah denn nochmal aus? Wie sah denn der gleich aus? Der Fuchs. Ich muss mir direkt ein paar Bilder holen. Dann muss das... Das braucht jetzt wieder Zeit. Minecraft Fuchs. Einfach mal nachbauen. Aus dem Kopf kriegt das hin. Nicht hin. Fuchs. Das braucht jetzt wieder viel zu lange Zeit. Fuchs. Das ist jetzt wieder viel zu lange Zeit. Das ist jetzt wieder viel zu lange Zeit. Das ist jetzt in Minecraft Wiki. So, wie sieht der denn aus? Oha. Okay. Da brauche ich Schwarz. Und Weiß noch für... Schwarze Wolle. Schweiß. Und vielleicht ein paar Knöpfe. Knöpfe für die Augen. So. Fangen wir doch mal... So. Mit den Foten... 4Z habe ich hier nicht mehr. Ich kenne wen das freuen würde. Nein, nein. Den Boden nicht. Den Boden können wir vielleicht mal... die runde verlassen wird es doch so sagen oder das ist wenn es größer bauen und minuten noch ein schwarz so das richtigen kopf habe ich muss ja hier wird ein bisschen breit ist ein breiter fuchs hat es trainiert ein sehr breiter fuchs wo ich den kopf ansetzen ich habe ein missgestellter dicker fuchs ich versuche mal das ist ich habe nicht ganz so dann hat er hier noch eine schnauze muss das hier noch eins schreck jetzt nicht ansatzweise soll ich jetzt noch den schwanz versuchen hinzu bekommen schweif es weniger minecraft wuchs als ein fantasie gebilder ich habe es versucht zu 30 Sekunden, oh nein, es wird nicht fertig. Jaaa, ich versuche mein Best. Oh, Füchse, hat sich die echte Füchse genommen, ok, so gut, das konnte man nehmen, das hätte ich noch daneben packen können, wenn ich sie gefunden hätte. Schlecht, und was ist das, meinst du es nicht, ach du Scheiße, ich habe Angst, wenn man erkennt, was es sein soll, aber meine Fresse, ja die Fresse, ach du Schande. Fuchsien nicht ganz fertig geworden, ja dafür, dass der Rücken gut, die Schnauze passt. Ich werde nochmal oben reinschauen, in den Rücken. Ja, das ist meine, ja, ich versuche mein Best. Man kann es auch kennen, oder? Ja, das ist bereits der Fuchs. Oh ja. Ok, was haben wir hier? Boah, ok. Gut. Nicht schlechter als meins. Fuchs, myomatische wieder. Und was haben wir hier für den Monstrum? Ach du Schande, ein liegender Fuchs wollte, aber das ist, ja, ok, ja man kann es erkennen. Dann komm, ich gebe ihn gut. Dann siehts, was ich mir gegeben. Und das ist ein Pferd. Ich kann nicht schreiben. Oh, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ist das? Ich habe, nice. Meinsert. Wow. Wow. Mein Fuchs hat gewonnen. Nicht schlecht. Mein erster gewonnener Master war das Runde. Yippie. Ich glaube ich hätte noch unbesuchte Zicht gefallen haben. Lass ein Abo da mal neu sein. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Video. Im nächsten Master will das Video vielleicht mal wieder. Vielleicht habe ich es unter meinem Gast mit dabei. Nämlich das im Voice gemeinsam aufnehmen kann. Ja. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Hab noch einen tollen Tag. Bis dann. Und ciao.